Antacke 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 Aua Mach Antacke Oh, wieder Fackeln Au! Warum? Weil ich bin hier grad ins übelderbe Loch gefallen Also beim runterfallen von Gravel, Fallen von Gravel hat Honeyball noch ein bisschen gefällt Ja, wieso? Weil der Gravel irgendwie beim Motorfallen komisch aussieht Ach, meinst du, ist so dunkel? Ne, der ist so, hä? Der ist auf einmal so blau Äh Komisch blau Okay Ah Naja Ja Ja, kann ja sein, dass es bei dir nicht so ist, aber bei meinem LOL-Ding ist es auf jeden Fall so Das ist möglich, hä? Krassistin 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 Ich mach, ne? Wie viel ich hier? Ich hab schon zwölf Flint Alter genau ich gehe uns noch ein bisschen zu tun und die antwort habe ich auch schon wissen was ja antwort habe ich auch schon wissen und die Lundin und dunkelhäu und die Lundin mir keine Fakten und wir müssen ja kommt ist die decke nur ein bisschen weiter höher weil es mir gerade genervt hat dass sie so weit unten ist und da was ist da ein so cool aber nur ein genau ein block lustig Prozent um Jürgen Loll jetzt kommen wir es ist noch nötig nicht gut wie aus dem Zeppel in den Baumboden ja oder und so ein Zeppel Nein das Eisen wollte ich doch brennen ja dann Hausdruck übrigens ja Tömer ich bin voll gechillt man wir sind noch Samen ja in der Küste Samen so 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 hoppla so wieder nicht so hier noch die Bäume weg Bäume Bäume oder wenn ich überleg was wir jetzt schon für Holz verbraucht haben das ist halt nur durch mein Haus jo so ich brauche da noch ein bisschen was ja ich bin schon ja gut es ist auch nicht mehr viel sind glaube ich noch 5,6 Block oder so ach Birkmalz habe ich schon ne Birkmalz habe ich schon äh brauche ich nicht mehr richtig das ist doch gut das ist doch sehr gut so so Alter was man so an Holz durch ein paar Bäume bekommt ja das ist Wahnsinn ja 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 hopp 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 und dann haben wir hier noch ein Birkenbäumchen ja ein Birkenbäumchen ja ein Birkenbäumchen tschüss aber ich finde irgendwie das äh die Blätter von Birkenbäumchen sehen echt nice aus sie sind voll schnieke ja 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 30 toll über zwei drunter um auf 10 zu kommen ja auf was für eine Höhe sind wir 56 ja 56 ja ich bin ich bin wieder ein Stückchen runtergegangen ne und ich finde wieder eine Höhe toll ja Martin verlaufen dich nicht verlaufen dich schon nicht ich weiß auch was lang geht dann ist ja alles in Ordnung ja halt zwar irgendwie für den Ausdruck jetzt ja ne ne ist nicht so schlimm es war ja immerhin ein Zombie und Zombies machen wie wir alle wissen Aua Aua ja Martin hast du mal wieder koppeln? ja ich hab genug koppeln ich bin grad am ernten jo dann kommen wir mal hoch weil ich kann mir noch nicht mal mehr eine äh ein schönen Stück Axt noch bin gleich da ja ich mach nur ich grabe nur noch meine Spitzhacke kaputt und bin wieder da okay ich hole jetzt hier erstmal abdürfen okay sie ist kaputt knapp 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 3 Sticks kommen oh fett voll fett voll fett voll fett nochmal mal andere Dacke sind nicht fett juhu app wurde völlig äh juhu also weil müsste meinen 95 kommt bald wieder eine neue vorg oh ne APB nicht APB ähm ja weiß ich noch nicht ob ich die irgendwann hochlad wann ich die hochlad ja aber es wird eine kommen also es ist eine neue fertig so also ich weiß ja nicht wann dein 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 Video hochlutz ja es wird schon wie viel Kohl brauchst du ähm bissel was ja ich weiß es dunkel wird wie viel bissel was gemäß der kann wie viel denn oder 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 wie viel denn ja wo bist du denn Angelsteg ich hab'n Fisch ich hab'n Fisch hihihi ach boah er bricht hier Steine Alter was hast du denn gut zum Mittag gegessen das macht so Spaß ja komm her Junge nein aus das zieht übelst viel Leben ab alter hallo Kurt geh ins Bett jetzt wenn dich weiter bauen bauern 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 ja das Haus soll irgendwann mal fertig werden ja ich weiß doch noch ja dann nur auf mich anzuschreien achso ich brauch'n bisschen Holz äh Truhe ja tschö also wenn wir ein bisschen wir brauchen glaube ich wieder eine neue Kiste ja also wenn dir das jetzt nicht genug ist Martin dann weiß ich nicht nee das ist mir nicht das ist nicht genug Gott das muss mehr werden okay ich mach' mich gleich an die Arbeit Apfel ich find's voll lustig dass man jetzt nur durch Bäume fällen überleben kann ja ist doch gut ja ja was ja was denn weiß ich nicht ich frag was und er so ja Flussbrot hm genau Flussbrot ich hab' mal die die Kisten ich hab' noch eine zweite Doppelkiste hingetan ja das ist gut wir müssen uns dann auch weil die eine wird mit so unübersichtlich wir machen uns dann jo wir designen uns dann einen im Tonkeller komm jo das mach ich dann als nächstes nachdem ich hier äh die Ebene flachgelegt mach das ja genau leg alles flach nein warum nicht warum nicht du stehst nicht so auf Frauen oder was hm weißt du hast du oder du stehst nicht so auf Frauen nüch nüch oder du stehst nicht so auf Frauen äh Martin aus wirkenbauer weißt du ne Freundin hast ja ach kacke was denn Aua ich hab' mir wieder das Bein gebrochen alter du musst einen echt verdammt guten Arzt haben hab' ich auch glaub' ich hab' ich auch glaub' ich ja lass mich weißt du dich verrückt ich glaub das wissen mittlerweile alle ja oder zumindest viele ja viel sehr viel hier haben wir ein bisschen getrennt inzwischen wichtig und unwichtig ja wird da nicht den ganzen Müll rein die Settlings kommen da nicht rein man ja ok entschuldigung muss ein bisschen Ordnung bleiben ja gehören Äpfel da rein? ja das ist wichtig das ist für Futter ja gut kann auch ein bisschen ordnen oder so ja ähm dann können wir ja Äpfel ja die Samen kannst du ja dann benutzen so für für uns ja unten kommt dann hier so essen hin ähm ach so warte mal wo Maschinen das Ding jo äh dann mach ich hier hinten mach ich dann mal so ein äh nach unten gang zum willst du dich mal ein bisschen noch hier äh Feldausbau und so oder hast du wo ich mir einfach mal eine Form Form Dings hin in den Haupt wo das da in den Küste da hier ist doch eine 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 da hier ist doch ein ne hab ich jetzt nicht zähl mal von oben wie viele ähm zwei drei vier fünf sechs ja dann bringen wir mal 6 Peck nachdem ich das hier ausgebaut habe, haben wir auch mal ordentlich wieder Kabel. Kugel, Kugel. Kugel? Kugel. Und Leitern. Ich hoffe, sie reichen. Wenn nicht, habe ich mich verzählt. Wenn es so ist, ist es auch nicht so schlimm. Ja. Ja, du hast dich um genau einen Block verzählt. Martin, ich komme nicht hoch. Ich brauche noch eine Leiter. Hast du ganz unten angefangen? Nein, ich habe extra eine Höhe angefangen. Also ich brauche noch zwei Leitern. Ey, du brauchst einfach hoch springen. Geht eben nicht mehr. Och, das ist ja hässlich jetzt. Oh, Martin. Gut. So, warte mal. Zwei Leitern. Was machst du schon weiter? Nein. Machst du schon weiter? Ja. Gut. Ähm. Warum hast du hier welche dahin gesetzt? Oh. Entschuldigung. Ähm. Gott. Bisschen näh. Bisschen näh. So hier. Was geschrien. Hä? Hat gerade was geschrien. Ja, das wollen wir gerne runter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Boah. Oh, das muss man ja abschlägt dass das Feld kaputt ist? Nee. Nee, he. Wie habe ich den also mal gezählt? Hä? Und so? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf... Oh, kann ich zählen... Doch, kann ich. Ich kann sogar bis 14 zählen. Neu. Jo... Warum kannst du das? Versteht oder was? Sechs. Ja, ich hatte sowas, das nennt man Grundschulauf. BTF. Sowas gibt's. Ich bin jetzt ein Mythos. Nee, nicht ganz. Sag jetzt nichts. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt bist du tot. Hehehe. Du musst doch mal die Türen zu machen, Mann. Ja, chill. Du bist so in der U-Bahn aufgewachsen. Nein. Ich bin nicht in der U-Bahn aufgewachsen. Aber... Äh, Erde. Dirt. Ich brauch mal zwei, äh, Kabel-Teile. Ich hab nur noch Kabel. Ja. Steams. Und... So, und... So. Noch bei nichts runter. Gut. I'm going down. Totally down. Aha. Ja, Martin. Ach so. Gut. Und... So, und jetzt noch darüber gingen... Zu... Ach nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neis, zehn, elf, elf, dreizenen, elf, dreizehn, elf, sechzehn. Ja, man sollte auch beim Rückwärtsbauen darauf achten, was hinter einem ist, ob da gleich ein Abgrund kommt.